Ex hat nicht den PC gestartet, weil ich dachte, dass die Lobby-Inseln voll wird. Ich habe auch gedacht, es wird bestimmt richtig schnell voll, aber anscheinend sind noch ein paar schläfrig. So, neue Runde, neues Glück. Kurz die Webcam ausgemacht. Ihr könnt euch die Relikte angucken. Jetzt müssen wir mal in meine Vince reinschauen gleich. Teppichträger, Teppichträger. Ja, wir müssen den Teppichträger ziehen. Guten Morgen und ich hoffe, ihr habt alle einen schönen gestrigen Tag gehabt. Moin, Moin, Virgil. Und ja, hatte ich. Hatte einen sehr schönen Tag. Ich bin nur ein bisschen zu voll gefuttert, was nicht so gut ist. Und dann in Rang-Übersicht sind doch auf der ersten Seite nur erste Plätze, oder? Müsste jetzt sein. Ich gucke gleich mal rein. Nach dem Win müssten wir jetzt eigentlich... Ja, wir haben... Nach dem Win haben wir nur erste Plätze hier stehen. Ist das bescheuert. Ist das dreist. So muss es sein. So muss das sein. Aber man muss auch sagen, es waren jetzt... Gut, es war jetzt eine Runde mit Community. Und ich glaube, da sind auch zwei Runden vom letzten Mal noch mit der... Oder mehrere Runden mit der Community noch dabei. Also das waren so Runden mit euch, glaube ich. Dann hatte ich ein paar Runden privat. Nur ranked. Äh, unranked. Und die Runde war jetzt wieder mit Avaron und so auch dabei. Also... Ganz so unskilled war es jetzt auch nicht. Uh, kann er nicht mitspielen. Yo, alles gut. Alle, die keine Zeit haben zum Mitspielen und auch nur kurz reingucken können. Alles kein Stress. Wir spielen hier ganz entspannt. Wir machen auch eine entspannte Tierlist. Wir holen uns einen Teppichträger. Der Crystal Cat schon angekündigt. Wir sind ein bisschen am Gamble noch, natürlich. Oh, das wird heute echt, glaube ich, anstrengend. Ich glaube, das wird heute... Also was das Ding betrifft, heute wird es sehr demotivierend, wahrscheinlich. Was die Rolls angeht. Iron Dazzle mit. Ich warte mal kurz eine Runde, ob der Panda kommt. Eine Panda-Runde wäre es halt auch. Wo ist der Bart und das Kostüm? Ähm, äh... Ja, die Mütze habe ich aufgezogen. Das Kostüm wäre mir jetzt ehrlich gesagt zu warm. Mit dem Kostüm jetzt hier rumzusitzen. Und den Bart hatte ich eh immer nur irgendwie 10 Minuten auf, weil dieser Bart so extrem juckt. Ich habe ja diesen Weihnachtsbart immer an Weihnachten angehabt in den Streams. Aber irgendwie dachte ich mir, ich will es mir entspannt machen. Ich dachte mir, die Weihnachtsmütze muss ausreichen. Die Weihnachtsmütze muss reichen, dachte ich mir dann. Mein Blade-Rose-Waiter. Mein Blade-Rose-Waiter. Ich schrape meine Spear und bin bereit, zu gehen. Thanks. So. Was ist der Plan? Oh, der ist ja perfekt, der Timberzor. Wenn du mal irgendwann holtet überhaupt. Ich glaube, der Olde sind 100 Jahre nicht. Nehme ich jetzt noch ein Faceless oder ein Terrorblood mit? Ich muss mal kurz ein Faceless mit. Das wäre eine gute Faceless anfangen auch. Habt ihr alle schöne Geschenke bekommen? Boah. Hey Leute, ich habe echt was. Mann, ich weiß nicht, ob ich das sagen soll. Eigentlich ist Weihnachten echt ein schöner Anlass dafür, das euch zu sagen. Eigentlich ist Weihnachten ein echt schöner Anlass. Und das ist gerade die Frage, die kann ich... Ich kann die Frage nicht beantworten ansonsten. Ich kann die Frage eigentlich sonst nicht beantworten. Und das werde ich eh bald erfahren. Deswegen ist es eigentlich... Eigentlich wäre jetzt der Zeitpunkt, um euch das sagen zu können. Selbst zu Weihnachten herrschen hier immer noch diese inflationären Preise für den Stratforce. Du wirst Papa, sagt Weltmeister Ginter. Ja, ihrer sagt, er muss mich bei Ben bedanken. Ich sag mal so, Weltmeister Ginter liegt nicht falsch. Ja, Millionär wäre auch gut. Als ob ich damit eine Runde verloren habe. What the fuck? Ne, Leute, ich werde Frühling, Anfang nächsten Jahres... Ich weiß nicht, ob ich genau den Termin aktuell sagen soll. Aber ja, ich werde Papa tatsächlich. Und das ist jetzt kein Schoko oder keine Verarsche. Ich hatte es gar nicht vorgehabt, heute zu sagen eigentlich. Danke, Mille. Danke, danke, danke. Danke, Bisi. Danke euch, danke euch. Ich habe eigentlich überhaupt nicht vorgehabt, das zu sagen heute. Aber ich habe nur Geschenke bekommen von Verwandtschaft und so. Also wir selber schenken uns ja nichts. Aber extrem viele haben mir Geschenke für den Kleinen bekommen. Danke euch, Leute. Ihr seid süß, ihr seid sehr süß. Sehr, sehr süß. Eigentlich wollte ich das so kurz davor euch sagen vielleicht. Aber ich habe auch mal gemeint, ja vor zwei, drei Monaten schon mal, dass es sein kann, dass ich Anfang nächsten Jahres so im Frühling oder noch im Winter, beziehungsweise Anfang des Frühlings so, nicht ganz so viel vielleicht streamen kann. Und ja, das liegt dann vielleicht daran. Ich weiß noch nicht, wie das... Man kann halt, das ist das erste... Ich habe jetzt noch nicht zehn Kinder oder so. Man kann nicht ganz einschätzen, zeitlich, wie das dann... Das wird ja schon sehr viel Zeit kosten, natürlich auch. Oh, Lukas auch. Glückwunsch, Lukas. Glückwunsch, Glückwunsch. Dir auch im April. Ja, bei mir ist es noch mal ein Stückchen früher sogar, ein ganzes Stückchen. Aber Glückwunsch. Haben wir uns abgesprochen. Ja, Mann. Freut mich sehr, Lukas. Freut mich sehr. Möge ja die heftige Drops bekommen. Da habe ich die richtige Frage gestellt. Da hast du die richtige Frage gestellt, Virgil. Ich hatte gar nicht geplant, das heute zu sagen, wirklich. Ich hatte es gar nicht geplant. Ihr werdet alle alt. Ja, Mann. Wir werden echt alt. Aber freut mich auch sehr für dich, Lukas. Wirklich freut mich sehr. Darauf erstmal einen Teppichträger ziehen. Meine Aedes ist am 1. Dezember ausgezogen. Zählt das auch. Crazy, alter Hase. Crazy. Ich weiß nicht. Aber das ist natürlich schon ein bisschen... Krass, also ausziehen dauert bei mir noch eine Weile. Danke dir, Bein. Ich bin es ja schon. Warte mal, bist du wirklich Vater? Oder... Ah, nee, du bist schon alt. Oh Gott. Das meinst du. Ich bin es ja schon. Ich werde es nicht mehr. Ich war da kurz verwirrt. Wie kann ich denn so hart kassieren die ganze Zeit? Ich habe voll viel Level 2. Wieso verliere ich denn gegen Teams? Ich glaube, dass es das nicht ist. Ich glaube, ich stehe lieber Faceless dazu rein. Ich glaube, das ist cooler. Da muss ich noch irgendwie mal auf Echo gucken. Will ich die Beasts spielen? Dann werden eure Kinder Best Friends bei Paul spielen, die immer DRC. Da kann man auch Glückwunsch schreiben. Ja, stimmt. Hallo, Marni-San. Dir auch frohe Weihnachten und danke für die Glückwünsche natürlich, Marni. Vielen, vielen Dank. Man weiß, es wird ein Junge, es wird ein Junge. Wissen wir schon sehr, sehr lange tatsächlich. Ich habe das für euch jetzt eigentlich schon irgendwie... Ich habe das so viele Monate für euch schon... Also was Geimgeart. Ich habe es halt nicht erzählt, niemandem von euch. Ich glaube, meine Eltern haben da auch Freude daran, dass ich ausgezogen bin, sagt Crystal. Ein Mini-Paul. Es wird ein Mini-Paul, ja. Was lösche ich denn jetzt? Ich lösche mal die zwei. Come on. Aber wieso kommen denn die Beasts so gut? Ich glaube, das ist Quatsch, die Beasts zu sagen. Ich glaube, das ist ein Fehler, dass ich die Beasts die ganze Zeit noch mitnehme. Wenn jetzt gleich fett Humans kommen, habe ich die Humans gelöscht. Komm, wir gucken, dass wir auf Echo gehen noch. Wir halten die mal noch. Vielleicht brauchen wir die gleich irgendwie. Wobei Face ist schon trotzdem nicer. Oh, Toni muss weg, glaube ich, in dem Fall. Ich glaube, Toni muss weg. Toni hat ja auch schon gecallt gehabt einmal, dass er nicht so lange kann. Aber dann wünsche ich dir natürlich jetzt schöne Zeit mit Familie und wünsche dir schöne Feiertage noch. Der Name wird hier demokratisch abgestimmt. Bin für Kottel. Kann ich mich noch an ein Video erinnern, wo Paulus angesprochen wurde und Paulus verneint hat. Irgendwo war was, wo ich mich fast verplappert hätte. Ich habe mich irgendwo fast verplappert. Das stimmt. Ich weiß nicht mehr, was es genau war. Ich habe mich aber einmal fast verplappert. Stimmt, hast du recht, hast du recht, hast du voll. Warte mal, wenn ich Face... Ich gucke mal, ob ich jetzt irgendwas bekomme, damit ich Lostar Face spielen kann überhaupt. Ich habe mich mal fast verplappert. Aber ich habe mich mal verplappert, habe es dann aber irgendwie direkt überspielt. Irgendwie so mehr oder weniger. Terrorblade, ja genau. Ich nehme ein Ding mit, falls ich jetzt ein richtiges Roll Relic bekomme, um Face-Less zu spielen. Endlich ein Terrorblade, den Dings hier. Okay, ne, ich spiele kein Face-Less. Ich spiele Magic Seeds. Das ist ja wohl ein eindeutiger Calls of Magic Seeds. Ne, den kleinen Anti-Mage, Queen of Pain. Ja, das könnte man machen, wenn man ein Mädchen bekommen würde, vielleicht. Was soll ich jetzt nochmal? Ja, komm. Kann ich eine Turn-Up mitnehmen, kann trotzdem noch das Level-Up schon mal gehen, hat eine Unit mehr stehen. Ich glaube, mit dem Team könnten wir auch relativ lange stark sein. Passt schon. Bis Runde 15 kann ich das zumindest mal durchhalten. Ne, wir haben schon, ich weiß nicht, ob ich einen Namen sagen will. Also wir haben auf jeden Fall schon einen Namen, der schon zu 95 Prozent, wir haben echt lange überlegt. Bei uns ist es echt nicht mehr lange jetzt. Bei uns ist es wirklich nicht mehr lang. Und wir haben schon mehrere Namen überlegt. Und wir haben jetzt einen, der es zu 95 Prozent wird. Ticket für Runde 10 und den Roll, 15 meine ich. Hä, checke ich nicht Virtual? Was für ein Roll. Da passt Queen of Pain schon, dass ein bisschen schwieriger ist in gewissen Phasen. Ja, kann sein. Das kann sein. Crystal ist ja auch manchmal ein bisschen kompliziert. Komm, wir tun uns jetzt mal in was Gutes mit. Ich will nicht nur Quatsch die ganze Zeit bekommen. Boah, also gezogen haben wir auch in der letzten Runde. In der Runde ist gerade auch bisher noch echt schlecht bisher. Da haben wir noch kein Glück da. Jetzt mal einen Schluck trinken jetzt. Eigentlich sind wir gerade 60 Leute. Wir sind jetzt auch schon fast eine Stunde drin. Wir sind in der zweiten Runde. Wir können jetzt mal die erste, das erste von, das ist nochmal an alle vielleicht. Wir verlosen heute 3, 20 Euro Steam-Karten. Während das, ich werde noch ungefähr so bis 5 Uhr streamen, so 6 Stunden. Wir könnten jetzt mal die erste Karte verlosen. Dann könnten wir ein bisschen warten, mal zwei Stündchen, dann die um 12 Uhr die nächste Karte oder so verlosen. Aber die erste könnten wir eigentlich mal machen jetzt. Für auch die Leute, ich meine ein paar mussten jetzt schon weg leider, klar. Aber für die Leute, es werden bestimmt auch viele weg, müssen die nächste Zeit auch. Wir könnten mal die erste Giveaway'n. Hat das jetzt schon geklappt? Ihr müsstet jetzt, Glücksspiel. Gambeln. Ihr müsst jetzt mit Ausrufezeichen Giveaway, ihr müsstet ihr teilnehmen können, wenn ich das richtig gemacht habe. Ne, Giftcard, sorry, Ausrufezeichen Giftcard. Genau, steht da im Chat auch drin. Ausrufezeichen Giftcard, dann seid ihr, dann seid ihr im Pot. Und könntet ihr eine 20, das ist, wir verrufen jetzt nur eine 20, 20 Euro Steam Card erstmal. Die erste von drei. Ihr könntet ja schon mal reinballern. Me geht raus, danke für Zenmeister für dein Follow. Jetzt habe ich irgendeinen Anruf bekommen. Ich muss kurz mal zurückrufen, einmal eine Sekunde. Ich muss kurz mal zurückrufen, einmal eine Sekunde. Triple Kill. So, sorry Leute, ich bin da wieder zurück. So, wie viele Leute haben wir denn drin? Aber wir haben schon einige Leute drin im Gewinnspiel. Das sind so gut 20 oder 30, ja 20 Stück würde ich sagen, oder? Ja, so 20 Leute sind drin. Ich warte mal noch kurz, also wie gesagt, nochmal für alle, die die Chancen noch nutzen wollen. Ausrufezeichen Giftcard, dann könnt ihr beim Gewinnspiel mitmachen. Dann könnt ihr alle 20 Euro Steam Giftcard gewinnen. Ich warte nochmal so, bis Runde 15, Runde 15 werde ich dann den ersten Gewinner picken. War das Finanzamt-Gaming nicht angemeldet. Ja Leute, wir müssen das Giveaway doch abbrechen, leider. Guck mal, der alte Hase macht noch mit. Mani sagen, geht noch rein. Da gehen doch noch ein paar Leute rein. So muss das sein. So muss das sein. Enrico Palazzo, danke für dein Follow, willkommen in den Palazzo. Followern ist übrigens keine Pflicht, glaube ich, für das, dass man das machen muss, also, dass man machen kann. Also, es gibt keine Kriterien außer dieses Ausrufezeichen, aber ihr könnt natürlich trotzdem gerne followen. Beschwer ich mich nicht. Wobei kann das Zeit, ich weiß nicht, ob man, kann man den Chat bei mir schreiben, ohne gefollowt zu haben? Nee, eigentlich nicht. Man kann auch so schreiben im Chat bei mir, bin ich mir ziemlich sicher. Man kann auch so schreiben, man muss kein Follow sein. Weil, der Ding hat vorhin auch so geschrieben. Hey, Rano, danke für ein Follow. Okay, Helvins, viel Spaß dir, ciao, ciao. Kann ich mir dann für 20 Euro Monatband für irgendwen einkaufen. So, ich mache jetzt das Gewinnspiel zu, Leute. Close Giveaway. So, Giveaway ist closed. Und jetzt müssen wir noch einen Gewinner picken. Wir müssen nur noch den Gewinner picken. Ich muss nur noch einen Knopf drucken und dann ist der Gewinner schon safe. Okay, wir haben den hier. Das nehme ich noch. Oh, warte mal, ich habe das schon. Klappt das doppelt? Ich habe schon wieder vergessen, ob das doppelt funktioniert überhaupt. Das ist das Zeug. Ich muss mal kurz hier rein. Wir sind die Länge zieht, Trommelwirbel. Sorry, okay, ich picke ihn jetzt einfach, ich picke ihn jetzt einfach. So, Pickwinner und der Gewinner ist... Don Tolerone, Torleone, ihr geht raus. Auch schon sehr, sehr lange am Start. Auch schon sehr, sehr lange dabei. Freut mich, freut mich. GG's, ja GG's. GG an den ersten Gewinner. Oh, hier ist das Ding noch. Das Schweinchen wird hier noch angezeigt. Äh, ich nehme nochmal XP mit. Ich weiß noch gar nicht, wie ich die Runde hier wirklich spielrichte. Ich muss ja gar nicht gucken, ob es wirklich... Es bringt doppelt hart auf mir, dass du am. Ich glaube aber nicht. GG, wo soll ich das dir denn schicken am besten? Ich muss jetzt den Code hier freirubbeln und muss das dir irgendwo schicken. Am liebsten wäre es mir, wenn ich dir einfach irgendwie auf Discord oder so kurz ein Foto von dem Ding dann schicken könnte. Das wäre natürlich am chilligsten für mich, dass ich den ganzen Code während dem Stream abrubbeln, äh, aus, eintippen muss irgendwo. Warte, ich muss noch kurz hier gucken. Aber ich gewinne nie bei sowas. Jetzt hast du bei sowas gewonnen. Siehste mal, so schnell geht's. So schnell. Oh, das hat sich richtig clean freirubbeln. Ich wollte gerade den Code reinzeigen. Wir clean, der sich hat freirubbeln lassen. Ist das bescheuert. Guck mal, wie clean das war. Hey, eigentlich können wir uns vertrauen. Ich kann es doch einfach reinzeigen und es löst keiner ein außerher, oder? Jo, viel Spaß im Lore, Crystal Cat. Ja, auf Twitch können ich es flüstern, aber kann ich kein Foto davon machen. Das ist das Problem. Bist du auch im Discord bei uns, Don Tolorone, drin? Wie ich es jedes Mal falsch ausspricht. Würdest du ihm per Post schicken. Ja, genau. Okay, guck mal, ich glaube, der hat das noch ready. Ich glaube, wenn man zwei Spawns hat, dann funktioniert das mit mehr Gold. Gut, spätestens bei denen teilen müssten wir es gleich 7 Runde 20, ob ich da Gold bekomme. Jo, bis dann. Dir auch noch viel Spaß. Ciao, ciao. Schöne Feiertage. Den würde ich schon gerne mitnehmen. Ich habe Bock auf eine Aki-Runde, ehrlich gesagt. Twitch flüstern wäre für mich schon gut. Muss ich meinen Discord-AML-Daten nicht raussuchen. Ah, okay, ne, fühle ich. Dann muss ich kurz selber jetzt in Twitch gehen. Wie flüstern wir denn überhaupt? Ich gehe in den Chat. Voll paradoxern. So, wo bist du denn? Hier. Und dann kann ich wahrscheinlich irgendwie flüstern direkt. Hier flüstern. Ja. Doch, hier. Gib keine Passworte oder persönliche Daten. Da muss man vor allem arbeiten. Uff, das geht schief. Ja, das geht safe schief. So. Ich muss den Code eingeben hier. Warte mal, ich muss noch kurz spielen. Das ist ja auch wichtig. Ich habe voll viele Roten gewonnen, glaube ich, jetzt, oder? Danke für das Geoway und frohe Weihnachten. Gleichfalls, gleichfalls. Oh, warte mal, hier bin ich falsch. Hier muss ich hin. So, nochmal kurz überprüfen, ob ich alles richtig geschrieben habe. Ich bin bei dir auf jeden Fall. Deine Nachricht. So, nee, das müsste passen. So, sag mal, ob du die Nachricht bekommen hast. Und dann bitte, sag mir einfach, dass es geklappt hat. Denk rein, laut vorlesen beim Schreiben. Zahlendreher drin. Ja, es könnte alles passieren. Wirklich. Komm noch näher an die Cam, bitte. Ich kann halt in der Rentner-Weihnachtsmann wirklich, ohne Witz. Horn ist halt noch nah am Zuschauer. Ach, ich habe euch auch alle lieb. Also, wäre super, wenn du es gleich gucken könntest, ob es geklappt hat. Aber ich hoffe, es hat geklappt. Weil wenn nicht, dann kann man auch nichts dran hören. Tut mir leid. Halt, ich bin gleich Level 9 schon. Das ist natürlich nicht so bad. Die Frage ist, will ich Level 9 gehen? Oder nicht? Leggy Faceless. Oh, wir könnten diese 4-Star-Faces... Leggy, das weiß ich nicht. Weil wir ja kein Level 10 werden. Aber 4-Star-Faces war ja auch ein Ding, was man spielen konnte. Ich habe nur einen deleted, ne? Ah, ich habe beide deleted. Okay, das funktioniert mit Double-Midas. Wieso haben wir das eigentlich? Ich habe keinen Platz für sowas. Ich könnte noch irgendwas reinschauen. Ich kann meine Faces nicht kaputt machen. Ach, ich kann dir die Doppelstellen nicht idiert. Okay, wir müssen kurz überlegen. Gibt es irgendwas krass, was wir mit der Karte noch umbauen könnten ansonsten? Weil man könnte dann Richtung... Ich nehme die Karte und gucke, was wir dann draus bauen. Ob wir dann Dragons machen oder Warlocks irgendwie mit Geass. Okay, wir haben die Karte. Das heißt, wir könnten auch Dragons spielen. Wir sind Level 9 und wir könnten easy uns Dragons rollen. Theoretisch. Also Faces wird es nicht mehr mit der Karte werden. Oder wir nehmen halt Warlocks und machen halt irgendeine Unit noch zum Beast. Machen Warlocks Beast. Wollt ihr Warlocks Beast oder Dragons? Mach mal hier so 1 für Warlocks Beast und 2 für Dragons rein. Dann möchte ich ungefähr einen Caller, was die Leute Bock drauf haben. 1 ist Warlock Beast, 2 ist Dragons. Mille, du hast den Dragon Head noch nicht mitbekommen. Was spielen deine Gegner? Ich kann auch mal zeigen. Aber ich glaube, Warlock Beast ist deutlich beliebter schon. Wenn ich mir die einen angucke. Dragons ist halt OP, deswegen wird es gehasst aktuell. Oh, das ist halt lang. Mille führt die Dragons noch. Mille hat auch seit 2 Jahren keine Autos mehr gespielt. Oder länger sogar, glaube ich. Okay, wir machen Warlock Beast, Leute. Dann muss ich mir nur überlegen. Wenn ich Warlock Beast, dann mache ich den Dismiss. Ne, Dragons machen immer noch das gleiche. Aber es ist halt trotzdem... Es ist mehr OP, als es jemals war, aktuell gefühlt. Wobei, es war früher schon auch OP. Ja, schon Klassen, Klassen sind inzwischen egal bei Dragons. Und bei Gotts sind auch Rassen, Klassen, Klassen und bei Dragons und Gotts sind egal. Die machen trotzdem immer ihr Zeug. Ja, das ist true. True. So, Beast und Warlocks mitnehmen und einen Carry. Beast, Warlocks und einen Carry. Beast, Warlocks und einen Carry. Aber kein Dragon Knight. Ich brauche es nicht mehr. Aber das Schöne ist, dass man keines ganzen Spannung auf Level 9, glaube ich, rollen schon. Ich glaube, es geht gut. You have a motherless gratitude. Ich bin Psychi. Ich bin Keith-atuig. Ich bin ein bisschen Wettger. Oh, danke für den Hinweis, freut mich, dass es geklappt hat alles, der Proof, dass hier alles mit ehrlichen Mitteln zugeht, kann man das so sagen, ihr wisst was ich mein, ich musste nicht hoch, da habe ich nicht mehr um den extra Wiest mit, freut mich und GZ nochmal, GZ, den nächsten Code werden wir denke ich so um 12 Uhr ungefähr machen und einen Code noch Richtung gegen Ende dann natürlich, dass auch die, die gegen Ende reinkommen, was davon haben und dass ich euch alle hier am Ball halten kann, hehehe, ich hatte gestern mal die gute Alina-God-Kombo gespielt und war echt witzig, ja, mit Brimstone vielleicht noch dazu könnte es echt cool sein, aber auch ohne Grimstroke, ich lage nicht mehr die Spiele Lina, so 3er Lina mit Gott oder so, hat der Sparwass den 5-Wall-Wiesel, damit du das sagst, so läuft das, Block hat schon ein starkes Essen-Team, oh cool ich habe ja den Dinger auch schon, den, den Pangolier, ich wollte vergessen, dass der schon am Schlüssel ist, ich habe echt ein bisschen Bauchschmerzen, ne das ist schlimm, also nach, nach dem Spiel wird erstmal kurze Break gemacht, nach der Runde für so ein paar Minütchen, guck mal, kann ich nicht spielen, okay wir haben Runde 25, dann muss ich auch noch bedenken, Vertragsinhalte darf ich keine Angaben machen, ihr seid solche frechen möglich, ich muss bei Legendary Warlocks ziehen, fällt mir grad mal so auf, so vielleicht wird es gar nicht auf Level, auf Level 9, also falls ich gleich alles hab für die Biest außer die Legendaries, muss ich vielleicht doch nochmal ein Level gehen, ich hab 3 Warlocks bisher, ach der Ding fehlt irgendwo, der Witch-Doktor auch, ich glaube wir müssen bald von Thaces weggehen dann, und auf 1000 von vorne drunter geht dann, ah jetzt Gold habe ich bekommen, ok das ist wichtig, wie mache ich nachher als Carry Gyrocopter, dann will ich Attack Speed haben, also eigentlich ist Gyrocopter der Planer als Carry, sagen wir es mal so, Zeit für ein bisschen Rollplay. Evermore Vinibus. Wir brauchen den Rest. ja das war genau den ich weg haben wollte witzigerweise genau gepasst also die laufen echt gut diese hand auf nieder ist nicht schlecht ich glaube dass wir richtung level abgeben auch ohne witz warte mal ich kann die ja hochleggen ich mache einen für zwei warlocks immerhin die zwei springen dann eh los ich habe den spawn die hier so maybe oder könnte noch ihn stellen statt dem schmutzfing schmutzfing macht eh nix wobei der auch nicht viel macht auf level 1 59 prozent leben das level ist halt immer so ein schwieriges ding wenn ich mir das wieder angucken level ist immer gefährlich ja komm wir pushen jetzt rein und gucken dann müssen noch irgendwen zum beast machen aber wir können den alchemisten einfach zum beast machen den spielen wir eh bis zum ende dann haben wir 6er beast gleich schon am start nach dem level ab oder machen ihn zum beast 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 Noch ein bisschen Zeit, um meine Stacks sammeln zu können mit den Beasties. Primal war drin, glaube ich, und die Warlocks sind auch alle drin. Primal ist drin und die Warlocks sind auch beide drin. Also es gibt alles, was ich brauche für die Comp. Schmutzfing spiele ich auf keinen Fall nachher, den switche ich safe noch. Ich muss auf den Witch-Doctor noch achten auch. Witch-Doctor achten, und sonst die Legendaries. Hätte ich wieder gehasst von Crystal. Das ist sehr gut. Das ist sehr lecker. Quop fliegt noch raus und Shen wahrscheinlich, oder? Also eigentlich fliegen die drei noch raus, also von den drei noch zwei Stück raus für Warlocks. Die Corp fliegt aber eher raus, weil Shen kann ich ne Weile noch halten. Ja, aber ich brauche keinen Sven, ne? Ich habe einen Gyro-Carry, der ist für den Eis und sowas. WG-Beinerich. Wogegen was spiele ich denn hier Problematisches? Gegen andere Beasts, bei dem hier. Warte mal, ich habe auch noch gar nicht Ding gesammelt. Da ist denn der andere Kollege, der Kropf wiegt eh noch raus, da bleibe ich bei. Vielleicht ist es ein Fehler, hol den Monkey King, den meinte ich. Ich habe safe einen Witch-Doctor übersehen in die Runde mal. Ein Witch-Doctor wäre 4er Warlock jetzt noch, weil der Stun hier auch nicht schlecht ist. Soll ich dann den Shen rausnehmen und den Stun erstmal lassen? Eigentlich will ich hier noch einen Primal Beast für die Enchantress auch noch machen. Primal Beast für Enchantress noch und sonst switche ich an dem Team nichts mehr. Und dann hat noch den Ding raus, den ein Kollege gerade. Mehr HP finde ich jetzt gar nicht mal so scheiße auch. Mal den Lifestyle eher, aber das. Ich warte mal kurz ab, eins von denen zweifel zu werden. Magnus statt Warrunner. Ich werde aber den eh glaube ich rausnehmen, dass ich lieber ihn stehen für den Spawn noch. Komm, wo ist mein Warlock? Ja. Lass ich dich noch drin. Ich gebe dir das Mana. Ja, das Leben meine ich. Ja, schlecht ist halt. Gut, ich könnte sagen auch noch, falls irgendwer einen Hex hat, könnte ich sagen auch noch switchen auf eine andere Legend, damit er überlebt. Das kann man vielleicht aufheben. So, mal gucken, machen wir irgendwem viel Schaden jetzt? Wenn wir viel Schaden drücken, könnten wir Lifesteam nehmen. Bin ich auf meinem Feld? Das ist auf keinen Fall schonmal. Ich mach viel Schaden, oder? Ja, mit dem Offering. Komm, nehmen wir das Leben einfach mit. Ich weiß nicht, wenn wir das nächste Mal eine Runde verlieren. Dann nehmen wir lieber die 7 HP direkt mit. Mann, Attack-Speed gar nicht schlecht. Oh, Reins ist auch nicht schlecht. Komm, nehmen wir die Reins mit. Also, wenn ich die mal irgendwann hochziehen könnte, wäre das noch ein Dream. Ich mach mal in Jairo. Doppel-Jairo. Kann man machen, muss man nicht machen. Den hier. Hätten wir die Karte, könnten wir noch auf... Hätten wir die Karte, könnten wir noch mal auf Full... Dings gehen, Full Warlocks gehen mit noch mal einer Karte. Das wäre natürlich am coolsten. Ja, das gute Schamanen brauchen so lange. Bis dann hab ich meine ganzen Stacks, Beast-Stacks gesammelt schon größtenteils. Oh, wir haben keine Chance gegen Loki gerade mehr, oder wie. Das ist schlecht. Das ist schlecht zu wissen. Oh, oh. Oh, oh. Schade, doch wieder. Wie könnten wir denn gegen seine Monkey Kings was ausrichten, ne? Seine Medusa wird, glaube ich, ganz gut durchziehen auch. Boah, er könnte problematisch werden. Wobei er einem eigenen Monkey King natürlich auch gut helfen würde. Ja. Definitiv range jetzt. Was eigentlich Medusa ist dreist. Oh Gott. Aber das ist ein deutlich besser, wie er hier stand jetzt. War das auch ein bisschen unlucky gerade vielleicht? Mit der Aufstellung war das jetzt viel, viel besser. Ja, das gefällt mir. Ich like dies. Gut, dass ich die Range mitgenommen habe. Kenntest du den Trick mit dem anderen Buch? Wenn du meinst, dass man das Buch erst kurz vor der Runde auf den Unit macht, damit man dann die Überlebens-Unit gibt, dann kenne ich den ja. Ich finde den aber durchaus echt ziemlich nervig, den Trick. Weil ich hab kein Bock, jede Runde das neue zu machen. Ich mein, zwei Schamanen können wir auch noch irgendwie reinbringen vielleicht. Gut, da ist der Warlock. Ich werde aber gerade keinen von denen, glaube ich, rausnehmen. Aktuell. Das wird aber schwierig, den Monkey auch allein schon hochzuziehen. Wird hart werden. Ja, er kann schon auch gewinnen. So ist es nicht. Das könnte ein enges Ding werden hier alles. Gutes, wir hielen uns gerade noch ein bisschen hoch. Selber ein Arc geworden, ne? Einfach um ihn den Rauch rauszunehmen vielleicht fürs Erste. Ich brauche noch einen Fugion auch. Dann könnten wir den ja die noch hoch... Wolle ich noch irgendwo Items verteilt? Ich hab eigentlich alles auf dem einen, alles, oder? Ja, ich hab alles auf dem Gyro. Ich hab gehört, dass sechs Humans mit Visual aktuell funktionieren soll. Hat das jemand von euch mal probiert? Ne, noch nicht, ehrlich gesagt. Aber können sein, die haben Humans ja ein paar Mal geändert. Vielleicht haben die das auch geändert dann. Vielleicht haben die das auch geändert. Komm, gib mir nochmal ein richtig schönes, so ein Butterfly. Oder noch meine Tech-Speed auf jeden Fall. Oh, so mit Wurfs reinbringen. Oh, guck mal das Butterfly. Nehm ich mit. Und sowas wäre auch noch mal interessant. Ja gut, wir können es ja einfach machen. Wenn wir jetzt eh das Teleskop haben. Das sind noch ein bisschen mehr Schaden. Wurf Chiron in so einer Comp ist schon ganz cool. Oh, guck mal wie der abgeht. Oh mein Gott. Oh Gott. Er wurde gestunt. Wieso? Aua. Seine Stunts sind halt echt gefährlich. Mit dem was der macht. Und der 40 wird so easy mit ihm werden. Weil es bis dahin noch lebt. Und er auch noch lebt. Mal Chairo. Ich hätte jetzt Chairo was auf 3 haben können. Wobei, da wäre er auch nicht mehr so gekommen. Er ist immer das gleiche. Ach man. Wieso kommen die ganze Zeit Chairo's? Ja, wie komme ich von seinem. Ja gut, dies dann halt auch. Der hat Monkey King 3 inzwischen. Das natürlich 3 ist. Ich hab Monkey King nicht mal auf 2 bekommen. Wir hätten auf 3. Ich hab Monkey King nicht mal auf 2 bekommen. Wir hätten auf 3. Wenn ich mal alle Chairo's zurückholen, die ich jemals hatte. Das wäre nett. Der Chairo ist hart. Ja. Überblick mal der wäre auf 3. Deswegen bekommst du Monkey und ich hab 2. Du könntest damit zusammenhängen. Ich weiß nicht, dass ich das Eier für den Monkey King benutzen soll. Das fühlt sich aber auch noch nicht richtig an. Warte mal. Warte mal. Kann ich keinen mehr ziehen? Kein Monkey King? Es gibt doch genug für einen 2er auch, oder? 4er 9 bis 12. Bei 4 Euro finde ich gut. Warte mal. Wertgeschrieben? Warte, ich muss kurz reduzieren. Frohe Weihnachten auch. Frohe Weihnachten auch. Ja, der Chairo klärt das schon. Ihren Chairo. Wie viel Damage der drückt. Ich will rund jetzt 40 schon noch ganz gerne sehen, wie viel Schaden er da macht. Ich meine, ich bin jetzt auf 1 hochlevel und nicht gerade Wurst. Da gewinne ich nicht mehr. Hey, nicht mit TF'n hier, ne? Guck mal, er hat sich wohl noch einen auf der Bank geholt. Er hat sich einen auf der Bank noch gesammelt. Ist das frech. Egal, ich brauche den eh nicht mehr jetzt. Egal. Irgendwie sieht so geil aus, wie die ganzen Schüsse hier rauskommen. Sieht so brutal aus bei ihm. Das sieht so brutal aus. Hier ist er. Auf einmal war er weg. Oh ja, der Mange King 3 kann schon noch was reißen, ne? Unterschätzt es nicht. Okay. Jetzt will ich gucken, wie viel Schaden er drückt in Runde 40, Alter. Mache ich den einen nach vorne, damit der mehr Range hat? Ein Stück nach vorne könnte man machen. Dann trifft er halt auf jeden Fall mehrere Sachen, kann er angreifen. Gleichzeitig von dieser Frontline, die er hat. Lassen wir mal eins nach vorne gegen die Teile. Jetzt kann ich mich nicht mehr beschweren. Ja, das stimmt. Aber er hat das glaube ich vor auf der Bank schon gehabt. Weil er hat den ja auch verdreit. Das heißt, der muss es so gesammelt haben extra eigentlich. So, Charrocopter, do your thing. 21er Damage, aber weniger als ich mir hofft hatte. So... Natürlich kommt Primer jetzt so krass. Warum auch nicht? Es gibt keinen Grund, dem mehr Tag Speed zu geben, oder? Der einzige Grund, der Tag Speed zu geben, wäre, wenn ich das höhere Level runternehmen würde von ihm. Aber er hat nicht das... Er hat den Hex... Ich habe ganz leider darauf gewartet, dass er den Hex bekommt, dass ich das dem Ding bringe meinem Primal Beast. Er überlebt! Oh Gott GG! Junge hat der Typ Gegengehalten, er hat einfach 30k Damage gemacht. Er hätte hier locker noch 30k voll bekommen mit den dreien. Junge, die Wind Streak lebt, Alter! An die Jura Zuschauer! Lassen sie gerne einen Like da für diesen fetten Fetten Gyirocopter. Ich bin einfach fürs Zuschauen. bis zum nächsten Mal. Haut's rein!